Ich hätte gern ein Kilo Kartoffeln. Welche hätten Sie denn gern? Einfach Kartoffeln. Also, es gibt festkochende, vorwiegend festkochende und mehlig kochende Kartoffeln. Gibt es einen Unterschied? Festkochende sind gut für Kartoffelsalat und Bratkartoffeln. Ah. Und mehlig kochende sind ideal für Kartoffelpüree und Knödel. Ach so, dann nehme ich festkochende Kartoffeln. Gerne. Sie können bei meiner Kollegin bezahlen.